Ich will nicht mehr geliebt werden, ich will nicht. Naja, aber du würdest dich dreiner geben, ne? Meine süße, kleine Cora. Wach auf! Wach auf und küss mich! Anatoly, das scheint ein lieber, guter Mensch zu sein. Dass Sie sich nicht an ihn erinnern? Aber natürlich kann ich mich erinnern, aber er schaut jemand in Petersburg ähnlich, zum Verwechseln. Ja, ich werde es ihm sagen. Na, was ist schon dabei, wenn man sich nicht erinnern kann? Wenn man drei Jahre an jemanden nicht denkt und der steht plötzlich da? Aber kann sich doch nicht an alle erinnern?